Yo Leute, was geht ab? Ich bin Fang in die Schlange und heute spielen wir Minecraft Bad Wars. Leute, wir haben das schon lange nicht mehr gespielt. Minecraft Bad Wars ist ein Spiel, das so entweder, es gibt also Modus, zum Beispiel Solo, 2 gegen 2, also Duos, Teams. Boring! Wenn ich gerade Bock habe, auf jeden Fall. Und ja, wir werden erstmal, ich würde mal sagen, wir spielen mal den Modus 4 gegen 4. Oder, ja hier, 4 gegen 4. So, bei Solo bin ich sehr schlecht, weil das Ding ist, ich habe schon lange nicht mehr Bad Wars gespielt. Und ich werde jetzt auch nicht irgendwie mit dem Texture Pack spielen. Äh, ja klar, man hat dann Fadenkreuz. Womöglich könnten wir mit Texture Pack spielen. Ich weiß nicht. Könnten wir machen, von mir aus. Äh, wir sind hier auf der Map Stone Keep. Ja, Stone Keep heißt die Map. Äh, kann es sein, dass es Kurapika ist? Äh, Kurapika ist so ein Charakter aus dem Anime namens Hunter Hunter. Und da haben wir auch Naruto, ne? Naruto als Ente. Lul. Wem haben wir? Wir haben einfach Fischstäbchen. Warte mal. Fischstäbchen, was geht ab? Hä? Leute, wir haben einfach Fischstäbchen im Team. Fischstäbchen ist so ein Fortnite-Skin. Leute, wir haben einfach Fischstäbchen. Oh mein Gott, einfach wie nice. Äh, ich hole mir erstmal eine Spitzhacke. Ähm. Hä? Wo ist der? Ach, da ist er. Manchmal buggt das irgendwie. Die Texturen werden nicht geladen im Shader-Modus. Ich hab jetzt einfach, ähm, 1.16-Shader-Go, ähm, Hunter geladen. Aber, oh, ja, stimmt. Ähm. Ich versuch mal zu Fastbridgen. Ähm. Und das ruckelt ein bisschen, weil das ist so eine Beta-Pin, ähm, Version. Ups, sorry. Ach, lol, die sind ja alle so schnell. Ähm. Und ja. So. Ich hoffe, die haben jetzt nicht direkt die Emeralds geholt. Weil die brauche ich. Oh, hinter mir ist einer. Oh no. Okay. Du machst dein Deal. Also, du machst... Oh, nein. Nein. Wir hatten geführt irgendwie fünf Emeralds, Leute. Damit hätten wir uns vielleicht auch eine, ähm, Diamond Chest Plate holen können. Ne? Boom. Oh mein Gott, war das... Junge, was hat der da gemacht? Irgendjemand hat einen Holzblock. Auf jeden Fall. So. Wir gehen wieder weiter. Leute, wir kriegen sau viele Upgrades gerade. Wir brauchen... Ich glaube, blau... Oh, das blaue Bett wurde auch abgebaut. Team Rot ist immer das Triad-Team gefühlt. Deswegen gehe ich mal nach Team Rot. Die halten sich auch ein bisschen zurück. Das sieht man gerade auch. Äh, in drei Sekunden. Komm schon. Äh, ja. Hier haben wir noch ein kurzes Maragd. Gold. Dann hier auch nochmal. Gehen wir mal hier nach oben. Haben wir unsere ersten Smaragde. So, jetzt sind nur noch zwei Mitglieder bei Team Blau. Team Gelb. Ähm, Camp wohl möglich. Also, die halten sich zurück. Verstecken sich. Ist eigentlich auch die richtige Option. Und wir haben auch eine sehr schöne Bett-Defense. Sehe ich gerade. Ich glaube, ich bin der einzigste aus dem Team. Ne. Okay. Fischstäbchenskin hat... Junge, wie lange bist du hier noch? Wahrscheinlich hat er schon Steck... Steckweise. Ja, was geht? Hehe. Wer ist der denn? David. Ja, was geht für's Stäbchen? Lange nicht mal gesehen. Oh! Wo... Wo ist denn hier einer? Ist das ein Dude? Ah, hier hat jemand Invisible, ähm, tragen. Deswegen wurde hier eine Flasch... Äh, eine Falle ausgelöst. Äh, ich versuch' den einen von oben. Ich möchte wenigstens einen holen. Nein! Bitte, ja! Ich hab einen noch geholt! Nice! Ich hab nix zu riskieren, von daher... Na, ich konnte ein bisschen Team... Äh... Team Rot erkunden. Die sind sehr passiv irgendwie. Die haben ne richtig krasse Brücke. Ha, eins, der kann auch schon reichen. Wer? Was? Jemand hat unser Bett abgebaut. No way. Wär so ein Name-Tag gewesen. Gelb könnte womöglich nicht gewinnen. Okay, jetzt brauch' ich alle Sachen, auf jeden Fall, bezüglich auch ein paar Feuerbälle. Ich muss jetzt alles, was Ersparte holen. Okay, die haben da schon was geklaut. Eher nicht. So. Ein Eisengolem. Äh, kann man leider nicht. Ein Feuerball... Ja, kommt, zwei auf einmal. Ein weißes Wasser-Eimer brauche ich gerade, glaube eher nicht. Keine Ahnung, was das ist. Nee, das brauche ich auch nicht. Eier. Ah, natürlich. Ich mach' mal das hier. Schön. Äh... Ja, so... Von mir aus. Wir haben jetzt sehr viele Items. Wo ist der? Was? LOL! Ich dachte, der war jetzt da hinten. Ja, mit diesem Texterpack kann ich ein bisschen besser spielen, ne? Äh, hat man... ...Fahrtenkreuz. Wem haben wir denn eigentlich jetzt? Ah, diesen einen Meme-Tipp. Derp-Skin. Und Steve, wie immer. Standard. Dann haben wir irgend so ein... Keine Ahnung. Achso, man sieht seine Zähne. Äh, ja, seine Zähne. Man sieht seine Augen hier drunter. LOL. Wie haben wir denn hier? Ist das ein Fuchs? Oh, LOL. Ein Fuchs mit einer Brille. Ich hab doch gerade... ...erst mal eine Bett-Defense. Kann keiner aufpassen, oder wie? Ach, Mann, Digga. Ja, das regt schon auf. Digga, ich möchte einfach eine Runde gewinnen. Junge, ich schaffe es nicht, was eine Runde zu gewinnen. Das regt nicht auf. Eigentlich. So, ich hol mir jetzt eigen... Äh, jetzt hol ich mir eine... Eisen... Eisen... Ja. Für sie. Was will ich mir noch geben? Ach, ein Steinschwert. Wie nett von dir. Wenigstens hab ich einen Meld, der vielleicht ein bisschen Rücksicht hat. Und ich sag, dass ich direkt verteidigen muss. Nö? Nö? Äh, äh, wie heißt der nochmal? Ach, der ist sogar gestorben! Junge! Und ich dachte schon, der wäre ein Tryhard, ne? Fast ein... Noob. Oh, Junge, wie viele Blöcke hol ich mir? Ich hätte mir so Feuerbälle holen können. Äh, ich geb dir mal ein paar Blöcke. Hier. Bitte. Noch ein, äh, Steinschwert. Brauch ich gerade nicht. So, krass. Was? Also hab ich gerade mein... Ich hab gerade mein Feuerball benutzt. Aus Versehen. Lol. Was war das denn? Lol. Team Grund ist schon längst raus. Hm. Tryhard am Start. Wer ist denn jetzt raus? Team Gelb ist wohl das Tryhard. Äh, Team. Okay, Team Brot ist der einzigste hier. Ich werd jetzt ganz safe spielen. Okay. So. Irgendein... Irgendein Name hat verlassen. Höh, lol. Obam. Okay. Haben wir kurz einen aus. Ist das Gelb? Och ne, bei Gelb muss ich aufpassen. Digga! Der ist... Der Steve sagt aber, Bro. Was? Digga! Warum? Warum, Steve? Du bist auch ein ganz normaler Casual-Spieler. Warum? Äh, Junge. Ich kann nicht mal... Äh, ich kann nicht mal mein Skin anschauen. Weil er unsichtbar ist. Okay, wir haben verloren. Ja, wir haben leider nicht gewonnen. Aber die erste Runde war eigentlich recht nice. Aber ja. Weil euch die heutige Folge gefallen hat, dann lass mal ne positive Bewertung da. Lekt das Video. Teil es euren Freunden. Und ja. Ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.